Supersaurier – Kampf der Raptoren von J.J. Burridge Es liest Philipp Schäppmann Newtown, Wokan, die Aru-Inseln im Osten Indonesiens, 1932 Beatrice Kingsley schreckte inmitten eines Gewirrs von Tauen und altem Segeltuch aus dem Schlaf. Die Maschinen der Orca hatten ihre Tonlage geändert. Das kleine überladene Dampfboot wurde langsamer und das hieß Land in Sicht. Bia setzte sich auf und schaute in die mondlose Nacht hinaus. Nur die Sterne und die Lichter an Bord der Orca waren zu sehen. Dann stieg Bia der unverkennbare Geruch des Waldes in die Nase, der von der näherkommenden Insel kam. Es war berauschend. Bia, bist du wach? dröhnte eine tiefe Stimme aus dem Steuerhaus. Ja, Käpt'n! Barfuß sprang Bia die Stufen zu Käpt'n Woods hinauf, der im schummrigen Licht der Lampen an seinem Kartentisch stand. Los, mach dich nützlich. Er deutete auf eine schwere Rolle Tau. Ich werde uns reinbringen, aber du musst auf die Pier springen und die Leine um einen Poller ziehen. Und fall bloß nicht rein. Die Orca näherte sich einem wackeligen alten Steg. Träge baumelte eine Laterne an der Reling. Doch die Schwärze der Nacht wich allmählich dem Grau der Morgendämmerung. Bia ging so weit nach vorne, wie sie konnte, und stellte einen Fuß auf die Reling, bereit zum Sprung. Ich kann von hier nicht viel sehen, Bia. Du musst mich reinlotsen. Weiter geradeaus, Käpt'n! Wir sind fast da, rief sie. Ich springe! Geräuschlos landete sie mit dem Tau in der Hand auf den Holzplanken und schlang es um einen Pfosten. Zwei Minuten später war die Orca festgemacht. Bia schaute die Anlegestelle hinunter. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Zwei Tage und Nächte in der Enge der Orca auf dem Weg von Papua waren gerade so zu ertragen gewesen. Dabei hatten sie erst die Hälfte ihrer Reise zurückgelegt. Es würde noch mal so lange dauern, bis sie wieder daheim in England waren. Nicht schlecht für eine Landratte. Käpt'n Wurz streckte die Hand aus, um Bia wieder an Bord zu helfen. Soll ich die anderen wecken und ihnen Bescheid sagen? fragte Bia. Nein, jetzt wird erst mal ohnehin nichts passieren. Leg dich ruhig auch wieder hin. Der Kapitän warf sich in seine Hängematte, zog den Hut ins Gesicht und war nach wenigen Sekunden eingeschlafen. Bia war jedoch hellwach. Das Beste, dachte sie, wäre wohl, wenn sie sich ein wenig nützlich machte. Ihr Gepäck sowie das ihrer Großmutter und von Theo waren als letztes eingeladen worden und deshalb mussten sie jetzt als erstes wieder von Bord. Bia machte sich an die Arbeit. Ihr Gepäck war leicht. Ihr Gepäck war leicht. Ein kleiner Koffer mit ein paar Wechselsachen. Ansonsten hatte sie nur noch ihre Reitklamotten dabei. Vielleicht fand sie ja jemanden mit einem Allosaurus, der sie reiten lassen würde. Ursprünglich hatte Bia noch einen Koffer voller Kleider dabei gehabt, doch den hatte sie irgendwann einfach verschwinden lassen. Banti, ihre Großmutter, hatte sie gezwungen, die Sachen einzupacken, doch darin konnte man weder rennen noch reiten. In der Schule glänzte Bia vor allem in Naturwissenschaften und Kunst. Deshalb hatte Banti sie auch als offizielle Zeichnerin und Chronistin auf diese Reise mitgenommen. Bias Leidenschaften waren keine Überraschung, wenn man die Bibliothek ihres Vaters betrachtete, mit all ihren Informationen, Diagrammen und Illustrationen. Ihre Freunde neckten sie oft, weil sie nicht das geringste Interesse an Romanen oder Schulgerüchten hatte. Bia interessierten nur Fakten. In ihrer Umhängetasche hatte sie ihr Handwerkszeug, ein kleines Notizbuch, ein Skizzenbuch, in dem sich schon viele Zeichnungen befanden, ihr zerschlissenes Federmäppchen und ein Zinnkästchen mit Pinseln und Wasserfarben. Bantis drei Koffer waren groß genug, um hineinzuklettern, und enthielten eine Vielfalt an Korsetts, Unterröcken und Hüten. Wie Bia oft ermahnt wurde, weiß man nie, was kommt. Und dem Gewicht der Koffer nach zu urteilen, rechnete Bunty mit allem, bis hin zum Weltuntergang. Schließlich musste man auch zur Apokalypse korrekt gekleidet sein. Bunty hatte, gemeinsam mit ihrem Mann, dem verstorbenen Sidney Brownlee, in Amerika ein erfolgreiches Sauriergestüt aufgebaut. Nach Sidneys Tod war sie wieder nach England zurückgekehrt, um dort sein altes Gut in Oxfordshire zu übernehmen. Anschließend hatte sie ihre Farm in Kenia in eine Safari-Lodge verwandelt, von der aus die Gäste die letzten freilebenden Tyrannotitanen beobachten konnten. Heißes Klima war Bunty ebenso gewohnt, wie mit den Männern anzupacken. Aber deshalb gab sie noch lange nicht ihre Prinzipien auf. Das letzte Gepäckstück war Theodor Logans Ausrüstung, ein alter Seesack, der sein gesamtes Leben enthielt. Sollte er da drin auch Wäsche zum Wechseln haben, dann sah sie vermutlich genauso aus, wie das, was er anhatte. Seit Bia ihn kannte, trug er das Gleiche. Es war sogar durchaus möglich, dass er mit seinem Cowboy-Hut schlief. Kleider waren Theo nicht wichtig. Für ihn zählten nur sein Messer, sein Hut und seine Pistole. In der Reihenfolge, gefolgt von seiner Überlebens- und Erste-Hilfe-Ausrüstung. Er hatte im Weltkrieg gekämpft und dabei ein paar harte Lektionen gelernt. Theo arbeitete schon ewig für Bunty. Sie und Sidney hatten ihn bei sich aufgenommen, nachdem sie ihn als blinden Passagier auf ihrem Schiff erwischt hatten. Damals war er ein abgemagerter Junge gewesen, der dem harten Leben in den Docks von London entfliehen und in die neue Welt auswandern wollte. Jetzt glich er mehr einem Cowboy als einem Straßenjungen, wenn auch mit Cogney-Akzent, der in den Arbeitervierteln der englischen Hauptstadt gesprochen wurde. Den beiden Frauen war er stets ein zuverlässiger Begleiter. Bia fand einen Gepäckwagen an der Pier, auf den sie die Koffer stapeln konnte. Dann setzte sie sich obendrauf, ließ die Beine baumeln und beobachtete den Sonnenaufgang. Zuerst war nur die Silhouette der Insel am anderen Ende der Pier zu sehen. Dann wanderte das Licht eine Planke nach der anderen die Pier hinauf, bis es die kleine Stadt dahinter erreichte. Ein paar Mannschaftsmitglieder kletterten an Deck, streckten sich und gähnten. Sie schlichen am schnarchenden Kapitän vorbei und schenkten sich den Kaffee ein, den Bia gekocht hatte. Dankbar nickten sie ihr zu. Doch alles Gute hatte mal ein Ende. Plötzlich riss Käpt'n Woods die Augen auf und richtete sich so schnell auf, dass er aus der Hängematte fiel. Da wusste Bia, dass Banti an Deck kam. Guten Morgen, Herr Kapitän. Warum liegen Sie denn unter Ihrer Hängematte? Ah, Beatrice Liebes, da bist du ja. Bitte sei so lieb und hol einen Gepäckträger. Ich glaube nicht, dass das so eine Art von Hafen ist, Oma, erwiderte Bia und deutete auf die leere Pier. Ein junger Matrose reichte Banti eine Tasse Kaffee und duckte sich rasch weg. Da irrst du dich, Liebes. Gepäckträger gibt es in allen Häfen dieser Welt. Man muss sich nur darum kümmern. Und wäre es wirklich so schlimm gewesen, wenn du ein wenig geholfen hättest, du hättest ruhig diesen Kaffee kochen können, anstatt da auf unseren Koffern zu hocken. Wenigstens waren die Matrosen fleißig. Bia öffnete den Mund, um sich über den ungerechten Vorwurf zu beschweren. Doch dann schloss sie ihn rasch wieder. Sie hielt es für besser, nicht zu viel Staub aufzuwirbeln. Nicht so früh am Morgen. Stattdessen holte sie mürrisch ihren Notizblock heraus und schrieb, Erstens, mach keinen Kaffee mehr. Nie wieder. Theodor schob sich mit gesenktem Kopf vorsichtig durch die Kabinentür. Die Orca war eindeutig für kleinere Menschen gebaut. Er winkte Bier und folgte seiner Nase zur Kaffeekanne. Er schüttelte dem Kapitän die Hand. Wilbur, danke für die Fahrt, Kumpel. Wir werden uns jetzt vom Acker machen. In ein paar Tagen kommen wir dann wie verabredet wieder zurück. Viele Menschen mochten Theo instinktiv. Und Captain Woods bildete da keine Ausnahme. Im Laufe der letzten Nächte hatten sie so manch einen Schluck von Theos geliebtem Single Malt Whisky geteilt. Und der Captain hatte ein paar Flaschen Rum beigesteuert. Eine Kombination, die zu einem freundlichen Wettstreit darüber geführt hatte, wer die spektakuläreren Geschichten zu erzählen hatte. Theo eilte zu Bunty, um ihr vom Schiff und auf die Pier zu helfen. Bier, kümmere dich mal um Bunty, während ich uns einen Gepäckträger suche. Und mit diesen Worten marschierte er davon. Bier schaute sich enttäuscht in dem menschenleeren Hafen der Aru-Inseln, der letzten Station dieser epischen Plackerei von einer Reise, um. Eigentlich hätte sie sich in den Sommerferien mit ihren Freundinnen in Oxfordshire vergnügen sollen, wo sie Duster, ihren geliebten Alusaurus, reiten konnte. Aber stattdessen hatte man sie um die halbe Welt zu den Gewürzinseln geschleppt, mit Zügen, Flugzeugen, Automobilen und schließlich mit der Orca, einem stinkenden, beengten alten Lastkahn. Doch hier waren sie nun mal. Oma, die wie immer Hilfe brauchte, um vom Schiff zu kommen. Theo, der Bunty um die ganze Welt folgte, um sicherzustellen, dass ihr nichts passierte. Und Bier. Sie schrieb, zweitens, geh auf kein Schiff mehr, nie wieder. Und fügte eine Minute später in Klammern hinzu, es sei denn, es ist das erstbeste Schiff nach Hause. Sie liebte Bunty und Theo von ganzem Herzen. Aber manchmal brachten sie Bier einfach auf die Palme und wichtige Entscheidungen besprachen sie ohnehin nie mit ihr. Auch von dieser Reise hatte man ihr erst vor einem Monat erzählt. Bunty hatte gesagt, das sei eine gute Gelegenheit, viele der exotischen Orte und Kreaturen kennenzulernen, mit denen die Bücher von Bias Vater gefüllt waren. Doch allein die Fahrt hierher war schon so beschwerlich gewesen, dass sie das nicht mehr genießen konnte. Bier seufzte. Manchmal vermisste sie ihre Eltern mehr, als sie ertragen konnte. Bunty fühlte Bias Stimmung und versuchte, ihre Enkelin aufzuheitern. Erinnerst du dich noch an diesen wunderbaren Federhut, den dir deine Großtante Geraldine gegeben hat? Nun, der kam von hier. Ich dachte, sie hätte ihn in London gekauft, erwiderte Bia Mürrisch. Da hat sie ihn gekauft, aber die wundervollen Federn stammten von hier. Wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück und sehen hier ein paar Paradiesraptoren. Wenn du genug Federn sammelst, könntest du dir ja selbst einen machen, sobald wir wieder daheim sind. Ich kann es kaum erwarten, knurrte Bia. Nach ein paar Minuten kehrte Theo wieder zurück. Gute Neuigkeiten. Ein Gepäckträger oder sowas in der Art ist schon auf dem Weg. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann er hier sein wird. Anstatt zu warten, können wir uns ja ein wenig in der Stadt umsehen. Nun denn, Bunty, die Post ist direkt die Straße rauf. Ich würde lieber hierbleiben, sagte Bia. Theo und Bunty schauten einander an. Dann antworteten sie im Chor, Toll! Bia war verwirrt. Sie sagten nie Ja zu ihren Plänen. Natürlich, Liebes, sagte Bunty. Bleib du nur und warte auf den Träger. Ich will ja nur einen Brief aufgeben, bevor es zu heiß wird. Sie lächelte Bia übertrieben an. Dann öffnete sie zum Schutz vor der Sonne ihren Schirm und hakte sich bei Theo unter. Bia schaute ihnen hinterher und runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht. Theo und Bunty folgten der staubigen Straße in die Stadt. Die meisten Einheimischen hielten kurz in ihrer Arbeit inne, um die Neuankömmlinge zu begutachten. Als sie um eine Ecke bogen, rief Theo, Bunty solle den Blick abwenden. Zu spät. Sie sah mit eigenen Augen wie ein Metzger, den Kadaver eines Triceratops-Kalbs zerhackte. Blut spritzte auf die silberne Haut des toten Tieres und tropfte in eine Metallwanne unter dem Tisch. Der Anblick machte Bunty sichtlich zu schaffen. »Sollen wir uns etwas Wasser holen, Theodor?« fragte sie und deutete zu einem Hadrosaurus, der zwei große, undichte Fässer an den Seiten trug und geduldig neben seinem Besitzer wartete. »Dieses Wasser stammt vermutlich aus derselben Quelle, in der sich die Hadrosaurier suhlen,« murmelte Theo. »Es hat schon einen guten Grund, warum es in der Bar den ganzen Tag über Alkohol gibt. Keine Keime.« Er nahm die Feldflasche von seinem Gürtel und bot sie Bunty an. Dankbar trank sie einen Schluck. An der Tür des Postamts hing ein Schild. Geschlossen. Bunty ignorierte es einfach und drückte die Klinke herunter. Theo blieb draußen. Die Tür knarrte, als Bunty das Postamt betrat. Ihr Duft nach Rosen strömte in den Raum. Ihr Parfum war eine Seltenheit in der feuchten Hitze von Aru. Zielstrebig marschierte sie zum Tresen, strich über den Glücksbringer an ihrer Halskette und schlug auf die Klingel. Das Geräusch war leise, aber es führte zu einem gewaltigen Donnerwetter, das aus dem Schatten hinter dem Tresen kam. »Was soll das, du armseliger Witzbold? Kann man hier nicht mal in Ruhe meditieren? Wenn du die Glocke noch einmal anfasst, dann drehe ich dir nicht nur die Nase um.« Bunty konnte nicht widerstehen und schlug ein weiteres Mal auf die Glocke. Hinter dem Tresen schoss eine Masse leuchtend bunter Federn inmitten kohlraben-schwarzen Haars empor, begleitet von einer Flut an Flüchen und Beleidigungen in mindestens fünf verschiedenen Sprachen. Doch statt eines hirnlosen Witzbolds auf der anderen Seite des Tresens fand die Postbeamtin eine englische Lady in eleganter Reisekleidung. An ihrem Arm hing ein Sonnenschirm und sie war sichtlich amüsiert. Die Postfrau kreischte, verschwand noch einmal hinterm Tresen und nach ein paar Sekunden Rascheln und Fluchen tauchte sie wieder auf. Jetzt trug sie einen blauen Arbeitskittel auf dem Internationale Post der Gewürzinseln ... ... ... ... ...